Ja, und jetzt spritze ich da noch meinen Winterweizen mit dem Fungizid-Input gegen Halmbruch und Neltau. 1,25 Liter die Hektare. Dann noch Chlorothal 500, organisches Kontaktfungizid. Zur Bekämpfung von Pilzkrankheiten. 1,25 Liter die Hektare. Und dann noch CCC Halmverkürzer 0,4 bis 0,6 Liter die Hektare. Und dazu gibt es noch EPSO Mikrotop Bittersalz Bohr plus Magnesium oder Spurenelemente. Da löse ich ca. 10 Kilo im Wasser auf. In dieser Panne wird es aufgelöst und pro Hektare 10 Kilo gespritzt. Aber jetzt 12.00 Uhr Mittagessen angesagt. Nach dem Mittagessen wird weitergefahren. Das war's. Das war's.